hey leute hey leute hier ist immer jens 1 oder ihr könnt meinen kanal kostenlos abonnieren und glocke bestätigen und like das das ist an meinem kanal sehr kostenlos und macht die glocke an und like das video abonnieren weil das ist kostenlos sehr kostenlos leute das ist billig ist komplett kostenlos einfach abonnieren drücken das ist mega kostenlos kostet nichts und bitte teilt das video mit euren freunden auf whatsapp mit eurer whatsapp gruppe ok mit teilt mit euren freunden oder mit eurer whatsapp gruppe und falls ihr keine freunde habt abonniert mich dann bin ich für eure freunde sehr mut ewig sind auch immer freunde heute machen wir übung leute aber ich mache eine verkehrsprüfung angekündigt ich weiß noch nicht wann ich sie anfangen aber ich sage euch wieder bescheid könnt ihr euch noch an die alte verkehrsbericht erinnern aber wer wusste wer immer zuerst fährt der kann es natürlich in die kommentare schreiben natürlich erst darf dieser hier fahren also eigentlich können diese fahrzeuge gleichzeitig erst auf eigentlich können der zu erst und der zuerst dann kann zum beispiel der geht erst wann weil er hier rechts eine vorfahrt hat also hier ist die vorfahrt dafür hier rechts die vorfahrt nehmen nur hier rechts dann muss er aufpassen ich habe das vorfahrt aus dem weg gewischt dann hat er ein problem dann hat er kein problem aber dann darf der fahren weil der muss auf dem warten hallo wieso geht das nicht ich muss leider ein bisschen drängeln dann kann der last dann kann eigentlich der last waren eigentlich darf wohl der hier kann eigentlich dann darf der und dann zuletzt darf aber der muss durchfahren und dann der darf zuletzt war ja leute das war schon ich werde vielleicht gleich noch überlegen vielleicht plan ich auch gleich aber erst mal leute was er die ihr gedacht wer zuerst fragen könnte die das nicht wussten hatte ich insgesamt gezeigt was möglich wäre aber der da schon alle links der nur ein bisschen wusste wer dieses auto oder dies auch wusste schreibt sie in die kommentare ich bin ihr könnt mir kommentare schreiben ich beantworte so gut ich bin schreibt mir kommentare wer zuerst fahren durfte und dann ich werde sie euch bei allen vorritten